Ich bin sehr dankbar für die Wertschätzung und die Chance. Ich bin immer mit Fachkompetenz, die die Firma ausstrahlt. Die flexiblen Arbeitszeiten. Zusammenarbeit und das Arbeitsklima im Team. Wir beraten lernen immer wieder Neues. Ich kann den Wechsel nie bereuen. Ich bin Experte, um verschiedene Tätigkeiten zu geben. Ja, so macht es Spass, hier zu arbeiten. Was ich sehr schätze, ist, dass mir sehr viel Flexibilität motiviert. Das heisst, ich darf nachdem arbeiten und noch weiterbilden als Betriebswirtschafterin besuchen. Zu der Troerewa bin ich aufgrund von meinem Mittelschulabschluss gekommen, wo ich ein obligatorisches Praktikum abschliessen musste. Und glücklicherweise, mein Berufswertegalt bei der Troerewa konnte. Bei der Troerewa arbeite ich in einem Team, das ein grosses Lohnmandat mit über 700 Mitarbeitenden betreut. Neben dem, dass ich durch die vielen verschiedenen Arbeitsthemen täglich etwas Neues dazu lernen kann, ist die Zusammenarbeit und das Arbeitsklima im Team einfach perfekt. Es ist mega familiär. Gestartet habe ich mit dem JUS-Studium an der Uni Luzern. Nach den bestandigen Anwaltsprüfungen im Kanton Zug habe ich dann da die passendste Stelle für mich gefunden. Ich schätze sehr, mit einem jungen aufgestellten Team zusammenzuarbeiten. Und dank der flexiblen Arbeitszeiten habe ich die Möglichkeit, jederzeit zu ihnen auszuschauen. Ich berate Privatpersonen und Unternehmungen in steuerrechtlichen Vorgestellungen, insbesondere im Bereich von Unternehmensgründungen, Transaktionen, Finanzierungen, aber auch Ansiedlungen oder Nachfolgeprojekten. Am meisten bei der Troerewa gefällt mir das junge dynamische Team. Das Arbeitsklima ist sehr gut. Man hat immer Zeit für etwas Persönliches, für etwas Witziges. Ja, so macht es Spass hier zu arbeiten. Zusätzlich bin ich sehr dankbar für die Wertschätzung und die Chancen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich hier als Assistentin angefangen und bin jetzt zur Leiterin im Backoffice befördert worden. Und zwar nach mehreren Jahren Berufserfahrung in der internen Buchhaltung habe ich mir den Wechsel ins Treuhandbüro gewünscht. Während dem Bewerbungsprozess bei der Troerewa ist mir dann auch schnell klar geworden, dass ich ein Teil von einem wunderbaren Team werden will.